Aventail präsentiert! Dieses Spiel, ja, weil heute machen wir nochmal jetzt online, weil irgendwie Johnny ist beim Minecraft-Server grad am updaten, deswegen das hat ja lang gehalten Ähm, ja Ich mach mal meine HP ein bisschen hoch, würde ich sagen Mal sehen, ob das jetzt funktioniert Ähm, ein Schild kriegen wir Ja, viel machen kann ich hier nicht, ich, äh, drücke auch gar nichts Das hat 4 Defense, 6 Defense, ja, 6 Das hat 6 Defense Das Ja, Schild Strike klingt doch gut Ja, hier machen wir doch mal 8 Defense und machen, hier können wir da nichts mehr machen, ne Sound-Effekt können wir hier hochstellen Aber das, äh, freuen wir jetzt glaube ich nicht Mehr Items hab ich aber auch nicht So, den kriegen wir jetzt mittlerweile ziemlich leicht platt Mehr aber auch nicht, so, jetzt können wir hier nämlich noch ein Hemd anziehen, das klingt doch auch gar nicht so schlecht Und dann kommen wir hier doch jetzt relativ gut gegen den ersten zumindest aus und da dann immer auch nicht mehr So, 19 HP klingt doch schon mal viel besser, so, hier machen wir mal ein bisschen Attack, glaube ich, hoch Jetzt werden wir mal ein bisschen mehr Schaden machen So, jetzt haben wir immerhin den zweiten auch schon fertig gekriegt, jetzt müssen wir noch den Hasen schlagen, das kriegen wir aber nicht ganz hin Ähm, da können wir nichts machen Ja, hier haben wir 19 HP und da haben wir weiterhin Das macht keinen Unterschied Also wir können hier gerade nichts verbessern, ist das Problem Aber jetzt haben wir den Hasen platt gekriegt So Jetzt machen wir die Fenster ein bisschen hoch, glaube ich So, und dann kriegen wir den Hasen jetzt auch hoffentlich platt wieder Ja, den anderen Hasen wahrscheinlich nicht mehr Nee, aber Ja, kann ich hier Da kann ich nicht viel mehr machen Ich kann hier gerade nur XP farmen Okay, steuern kann ich das Spiel hier auch nicht So, jetzt haben wir den Hasen aber platt gekriegt Jetzt müssen wir den Bär platt machen Jetzt machen wir mehr Attack Damage wieder So, dann kriegen wir den einen jetzt schon ganz fertig Aha Da bin ich ja deutlich stärker jetzt Naja, gut, hier bringt das nicht so viel Huch, was habe ich denn da gemacht? Achso, ich kann hier Sachen verkaufen, wie es aussieht Das hätt ich mir auch mal vorher sagen können Hier ein Schwert mache ich doch mal 8 Defense, 16 Defense, 18 Ja, 18, dann brauche ich hier den nicht Den brauche ich auch nicht Den brauche ich nicht Und den brauche ich nicht Den brauche ich nicht Den brauche ich nicht Den brauche ich nicht Den habe ich ja schon in der Form Und hier, das brauche ich auch nicht 18 Defense habe ich schon So, dann haben wir hier plus 16 HP Na ja, gut, das hätte man mir wirklich mal vorher sagen können Dann hätte ich das auch gewusst Aber das hat mir ja keiner gesagt, Alter Jetzt mache ich sie aber locker fertig So Juhu, Fairy Boots, Click to continue Ja, das ist alles schlechter als das, was ich habe Hier, Fairy Boots, allows access to second stage Oh ja So So, dann nehmen wir doch hier mal die Rüstung Und das Schild Das kann ich verkaufen Das kann ich auch verkaufen Und ich mache mal meinen Attack ein bisschen hoch, würde ich sagen Ein Punkt Guard Spell Leech Leech Small Attack Dann mache ich den doch mal Ui So Machen wir ja mal die Blumen Fertig Also zumindest bis hier So, das ist deutlich besser Das machen wir doch mal Da haben wir nichts Ansonsten kann ich nichts machen So Und dann haben wir das Äh, fast So Das ist schlechter Das ist gleich gut Und das ist auch schlechter Mal sehen Ich gehe mal ein bisschen auf die Fans vielleicht Mal sehen Ich gehe mal ein bisschen auf die Fans vielleicht So Und dann wollen wir hier nochmal Mal Äh Jetzt haben wir sie prinzipiell Ja Und das kann weg Das kann weg Und das kann auch weg Da haben wir nichts Und dann gehe ich vielleicht nochmal auf HP ein bisschen So Äh, ja gut Das ist besser Das ist auch besser Dann kann das weg Das kann weg Und das kann weg Und das kann weg Oh Gott Äh Jetzt kann ich ja aussuchen Was will ich denn Die Fans könnte ich ein bisschen Erhöhen nochmal Und den Attack mache ich so mal So Dann können wir das machen Plus 25 Plus 29 So Dann können wir das machen So Und dann machen wir euch mal wieder platt Jetzt werde ich hier schon gewonehitted Der jetzt nicht So So Äh Oh Gott 8 Und 8 Äh Nein So Den brauche ich nicht mehr Und den kann ich noch machen Plus 100 XP Eieieieiei Ja Ja Komm ich mache ein bisschen Attack hoch Und ich mache ein bisschen Defense hoch Und einen Punkt habe ich wieder Regen Ja das klingt gut Ja man kann die auch wieder entfernen wenn man möchte So Regenariere ich jetzt nämlich So Wo Ha Das wäre natürlich alles nicht mehr so gut dann im Vergleich Ja da haben wir Regen 2% einfach Euch machen wir alle mal platt Was Oh welche Boss Gegner Ja Mensch Eine Schaufel haben wir gekriegt So das ist besser Das ist gleich gut Und das ist schlechter So Mal gucken Was haben wir am wenigsten Hier die Fans Kann ich schon wieder ein bisschen gehen Okay jetzt haben wir die Schaufel Dann können wir uns jetzt runter graben Keine Ahnung wie viele Stages hier eigentlich sind Das sieht aber schon sehr nach Endboss aus Das sieht aber schon sehr nach Endboss aus So da kriege ich auch irgendwie nichts für Kriege ich da eine XP zumindest Wenn ich das versuche Oder muss ich mich nochmal in den anderen Level jetzt ein bisschen farben So hier kann ich jetzt Ähm Mal meinen Attack ein bisschen hoch stellen So So 30% mehr HP aber weniger Attack Oder machen wir Ja komm machen wir Free Spell Click on the enemy Das kann ich auch nur einmal machen Den Free Spell So da kriegen wir hierher ein besseres Schwert und ein besseres Schild auf jeden Fall So 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 Haben wir einen kleinen besiegt Schreckt er wieder einen neuen kleinen Schaden Wir sind beide gleich schlecht So 10% mehr Defense 2% Burn Oder Crit Wir sind auch noch Hier kommt Machen wir mal den Burn Das klingt glaube ich ganz interessant ich weiß nicht ob der dann anhaltenden Schaden macht so das ist besser das ist dafür deutlich schlechter so mal sehen was machen wir gehen ein bisschen auf attack und auf die fans gehen wir ein bisschen und dann noch mehr auf attack so fast haben wir ihnen der ist noch mal deutlich besser als schlechter und der ist auch schlechter so dann wollen wir doch mal jetzt sehen dass wir das jetzt mal vielleicht sogar schaffen ha ha juhu ein old mirror haben wir gekriegt so